Der WTT Young Leader Award zeichnet die besten Praxisprojekte der Fachhochschule St. Gallen aus. Aus 45 Teams sind sechs nominiert, nur zwei können den begehrten Pokal entgegennehmen. TVO stellt die nominierten Teams mit ihren Projekten vom nächsten Montag bis am Samstag vor und ist dabei, wenn eine Woche später in der Tonhalle der WTT Young Leader Award 2019 folien wird. WTT Young Leader Award 2019, präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau, Leica Geosystems AG, St. Galler Kantonalbank und der St. Galler Stadtwerk.